Das ist nicht Warcraft in Space. Derselbe Traum? Ich sagte, lass mich in Ruhe. Was mit Kerrigan passiert ist, war nicht deine Schuld. Was genau? Dass sie verraten wurde? Oder dass sie Milliarden Menschen ermordet hat? Dieselbe alte Leier. Du willst gar nicht zuhören. Siehst du eigentlich nicht, was aus dir geworden ist? Jeder von uns wählt seinen eigenen Weg, Matt. Dann sag Bescheid, wenn du deinen gefunden hast. Wir warten auf dich.